Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build, diesmal mit einem Special-Gast. Hallo. Ja, hi. Ja, das ist die Tamina, alte Klassenkameraden von mir und die ist heute mal dabei und zwar aus dem folgenden Grund, weil wir ein Spiel spielen wollen und zwar, wie heißt das? Black Stories. Genau, das ist ein Scheißspiel und wer es kennt, der wird wahrscheinlich jetzt abschalten. Es ist einfach ein Spiel, man muss, es wird eine kleine Geschichte erzählt beziehungsweise, nennt man das Geschichte? Ne, oder? Es ist, es ist, es ist, lest mal zum Beispiel die Beispielfrage vor jetzt. Äh, eine Frau lag tot am Boden eines Raumes, der bis oben hin mit Gold und Juwelen gefüllt war. An der Decke hing ein Kronleuchter und das große Fenster war weit geöffnet. Jetzt muss man rausfinden, was passiert ist. Okay, das bedeutet... Du darfst jetzt nur Ja-Nein-Fragen stellen, also die ich mit Ja-Nein-antworten kann. Genau, und ja, ist aber keiner gestorben diesmal, oder was? Natürlich, eine Frau lag tot am Boden. Achso, gut. Ja, die könnte gestorben sein. Meinst du? Wäre möglich. Also, die Frau lag tot am... Lies nochmal vor, die Frau lag tot am Boden und... Eines Raumes, der bis oben hin mit Gold und Juwelen gefüllt war. An der Decke hing ein Kronleuchter und das große Fenster war weit geöffnet. Okay, das ist die Kronleuchter und das weit geöffnete Fenster haben schon was damit zu tun. Gut, wir fangen hier erstmal an zu bauen. Wir bauen gerade den Minecraft-Skin, wie er ein Zombie mit einem Schwert durchsticht. Nur damit du Bescheid weißt. Serious Shit und so. Gut, ich muss hier gerade mal denken. Hier ist es doch nicht immer vor, ne? Ne, 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 ne. Ich bin halt nicht multitaskingfähig, das wird jetzt ein kleines Problem. Aber, post. So, ich glaube so war das. Ne, drei, so vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Genau, jetzt haben wir... Da sticht den auch in der Mitte, das ist ja gut. Okay, also, ähm... Warte, ich muss nochmal zählen. Das sind zwölf hoch, glaube ich. Oh, jetzt will mein Kater raus, ne? So, klar. Eben war ich schon da. Hat er sich auf alte Wäsche gelegt und jetzt... Ja, alte Wäsche. Ja, äh, entertain du mal kurz die Leute, ich muss mal kurz hin... Ja! Mein Gott, bis gleich. Ich bin ja auch so ein Entertainer. So, ja, jetzt. Also, ich habe nichts gesagt. Das ist peinlich. Okay. Ja, ich kann nicht mit mir selbst reden, tut mir leid. Ja, muss ich auch trainieren. So, warte mal, das war jetzt eins, zwei... Gott, ich sehe jetzt die Blöcke, ich muss noch neu bauen. Ich fange gleich an zu raten, heute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Gut, ja, Asilak, tot am Boden, mit einem goldgefüllten Raum. Das ist aber weit offen. War das ein... Der Kronleuchter. Genau, der Kronleuchter. Alter, das ist... Ich hasse sowas. Jetzt fang nicht wieder mit Zahnsteinen an. Ja, ja, äh, nee, Insiders versteht keiner. Äh, der Kronleuchter. Der könnte ja... Ja. Der hing noch an der Decke, oder? Ja. Warte mal, ich muss mal so kurz googeln, wie ein Zombie aufgebaut ist, warte. Ich will dir die Lösung googeln. Nein, 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 das mache ich echt. Monopoly. Auch ein Insider versteckt kein Mensch. Egal. So, ähm, ja, also, das Fenster war weit geöffnet. Das könnte schon mal bedeuten, dass das ganze Gold und so reingefallen kann. Ja, klar. Das ist reingeflogen. Wahrscheinlich. Ähm, boah, das ist so mies. Du bist einfach schlecht. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, was soll ich machen? Kann ich weiterkommen, kann sie gefreien laufen. Also, äh, das scheiß Fenster war offen. Ja. Der Kronleuchter hing an der Decke und eine Frau tot am Boden mit... Dings überschüttet mit Gold und so. Nein, die ist nicht überschüttet. Achso, die lag da nur drauf. Sie liegt einfach auf dem Boden. Und das Gold und so liegt daneben? Irgendwie. Ja, es liegt halt im Raum. Okay. Ähm, vielleicht... Äh, hat sie ganz viel Geld gewonnen? Nein. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Also, eigentlich nicht. Sie hat es nicht gewonnen. Okay. Aber es ist auch kein Geld. Achso, okay. Sie hat ganz viel Gold geerbt. Nein. Ähm, sie hat ganz viel Erbe gegoldet. Äh, nein. Was kann das denn noch sein? Also, hat das Gold was damit zu tun? Also, da... Dass sie tot ist? Ja, dass sie tot ist. Ja. Okay. Okay. Aber sie ist nicht durch das Gold gestorben. Okay. Okay. Ähm... Ist sie durch das offene Fenster gestorben? Ähm... Nein. Erkältung oder so? Auch nicht. Nein. Durch den Kronleuchter? Nein. Das wird knifflig. Äh... Dann ist sie... Hatte es eine... Äh... Hat sie jemand umgebracht? Nein. Ähm... Spielt es denn in unserer Zeit? Oder war es früher? Das ist unwichtig. Okay. Ähm... Mein Gott. Wer soll sowas rausfinden? Ja, du. Ja. Scheiße, war das eine langweilige Folge. Ja, jetzt guck doch mal, wo ist denn der Raum? Das weiß ich ja nicht. Ja, das sollst du ja rausfinden. Ja, der Raum, ähm... Ist in einer Bank? Was? Nein. Ja, kann doch sein. Ja, aber seit wann hat denn die Bank einen Raum, wo Gold drin liegt und das Fenster offen? Stell dir mal vor, ey. Total gesichert. Sind gerade am Lüften. Sind gerade am Lüften. Natürlich. Ähm... Ja. Weiß ich nicht. Ja... Das war... Offen, weil... Sie lüften wollte? Nein. Auch nicht. Warum sollte man sonst ein Fenster aufmachen? Das... Ja, das hätte ich aufgemacht. Das war schon offen. Das war schon offen. Also wohnt sie in diesem Raum? Nein. Okay, sie ist da durch Zufall reingekommen? Nein. Sie arbeitet da? Ja, sozusagen. Okay, sie arbeitet in einem Raum voll Gold. Ja. Das hilft dir weiter. Ähm... Hat es was mit ihrer Arbeit zu tun? Ja, es ist nicht wirklich eine Arbeit, was sie macht. Das ist eher so ein... Keine Ahnung. Illegales Geschäft? Äh... Nee. Äh... Sie... Äh... Wurde... Also... Keine Banküberfall oder so. Oder... Juwelierüberfall oder... Nee. Hm... Das ist schon... Schwer. Ja... Ähm... Ja, Mensch, was kann das denn sein? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, gib mal bitte. Ähm... Moment. Sie... Nee, das wird zu einfach. Das ist auch nicht schlimm, ne? Wenn es einfach ist. Ja, nee, das ist ja gleich raus, wenn ich das sage. Ja, das glaube ich nicht. Ich schon. Okay, ich sag dir jetzt ein Wort, was in der Lösung steht, okay? Okay. Äh... Pressluft. Pressluft? Pressluft. Ernsthaft? Ja, Pressluft. Komm schon. Ja, Pressluft. Wo ist denn Pressluft drinnen? Presslufthammer? Nein! Ja, wo denn sonst? Ja, wo denn sonst? Pressluft. Ja, Till. Ja, was soll man denn damit anfangen? Strenge deinen Hirn an. Das geht nicht. Es ist Sonntag. Ach so. Ja. Ähm... Ja, Pressluft. Ja, versuch du hier mal was hochkompliziertes zu bauen und dabei so Fragen zu beantworten. Ähm... Pressluft jetzt. Ernsthaft? Das... Gibt keinen Sinn. Oh, in der Flasche! Das ist Luftwäuferin. Pressluft in der Flasche? Bist du dumm? Hahaha. Eine gepresste Flasche in der Luft. Nein. Eine gepresste Flasche in der Luft. Eine Pressluftflasche. Jaaa. Gibt's denn sowas? Ich hab nur noch... Weißt du nicht, was eine Pressluftflasche ist? Eine Flasche? Nein. Ach du Scheiße. Vielleicht mal davon gehört, aber keiner weiß, was das Ding macht. Das braucht man, um Luft zu kriegen, da wo man nicht atmen kann. Okay, nehmen wir das hier einfach Sauerstoffflasche? Ja, das heißt auch... Ja, mein Gott. Immer diese Feinheiten. Ähm... Gut, eine Sauerstoffflasche. Sie war in diesem... Der Raum war unter Wasser. Ja. Okay, okay. Der Raum war unter Wasser und sie wollte einen Schatz behergen. Genau. Und der... Hat der Kronleuchter oder irgendwas damit zu tun? Nein. Warum? Warum sagst du das dann? Äh... Die Leute verwirren sollen. Okay, und die, äh... Pressluftflasche... Jaa... Die war leer. Genau. Und sie ist erstickt. Genau. Yay. Was ein Scheiß. War's das? Ähm... Ja, soll ich's mir mal vorlesen? Ja, bitte. Die Frau hatte sich beim Fracktauchen verschätzt und war zu lange in großer Tiefe gebiegen, während sie die unglaublichen Schätze des gesunkenen Schiffes bestaunte Verlor sie die Orientierung und Zeitgefühl, sodass sie zu spät merkte, dass ihre Pressluft zu Ende ging. Super. Wäre ich ohne das Wort Pressluft nie drauf gekommen? Jaa... Weil ich immer nicht weiß... Echt Pressluft, jetzt ehrlich? Ja, das ist Pressluft. Okay. Ich dachte, das ist halt einfach Sauerstoff irgendwie. Flasche. Ja. Sehr gut. Äh... Ja, unbedingt.